Hey Phoenix, Kampf-Neubewertung. Du gehst als Letzter rein. Das Beste zum Schluss, was? Klar. Sobald du bereit bist, leg los. Willkommen zum Grundlagentraining. Jet, na los, hol Brim rein. Nein. Nimm die Pistole. Konzentrier dich beim Zielen und schieß die Drohne ab. Jetzt lade ich nach? Ja, nimm die Wände. Cool, jetzt wechsle zu ihr. Schieß die Bots ab. Okay, Jet. Ich übernehme ab hier. Sauber! Der Jäger höchstpersönlich. Konzentriere dich und feuere dann ein ganzes Magazin auf das Ziel. Du wirst sehen, wie deine Kugeln über dem Fadenkreuz einschlagen. Du schießt aus der Hüfte. Konzentriere dich lieber, um deine Waffe beim Schießen besser unter Kontrolle zu haben. Konzentriere dich und triff die Mitte des Ziels mit Dauerfeuer. Beim Schießen geht deine Waffe immer weiter nach oben. Passe deine Waffenhaltung leicht nach unten an, um auf das Ziel zu schießen. Gut, wohin soll ich jetzt? Spring auf diese Kisten, um das nächste Gebiet zu erreichen. Verstanden. Hey, Jet! Wie viele Punkte hast du in der Trainingssimulation geschafft? Ha, mehr als du. Phoenix macht das richtig gut. Stachel ihn nicht an, Sauber. Das hier ist wichtig. Das Schießen in der Bewegung ist sehr ungenau. Bewege dich zu den Bots, halte dann an und schieße, während du stillstehst. Auf den Kopf zählen, ja? Immer. Kopftreffer verursachen viel mehr Schaden. Gut gemacht. Geh zurück zum Kontrollraum. Mach hin, Elahmarsch. Nicht alle hier haben Windkräfte, Jet. Was du nicht sagst, das wusste ich ja noch gar nicht. Du bewegst dich schneller, wenn du zum Messer wechselst. Und jetzt? Kampfsimulation. Erst reifen wir an, dann verteidigen wir. Der Raum ist bereit. Spring der Raum. Jetzt lass mal was zum Spike hören. Ähm, keine Ahnung. Äh. Der Spike ist eine Detonationsvorrichtung, die Radianit abbaut. Als Angreifer. Wir platzieren den Spike, verhindern, dass sie ihn entschärfen und dann bumm. Siehst du? Ich hab's verstanden. Reicht mir schon. Ausrüsten. Du wirst einen schweren Panzer brauchen, vergiss den nicht. Schnapp dir eine Wendel. Und bereite fieser Wurf vor. Bin bereit. Okay, nimm den Spike und dann ab zur Startposition. Zeit für die Planung. Öffne die Karte. Die Karte hat drei Areale, die wir angreifen können. A, B und C. Phoenix, du nimmst den Spike mit Richtung C und platzierst ihn dort. Sage und ich decken dich. Jet und Sova, ihr geht zu C lang. Okay. Ja, Kommandant. Der Gegner lauscht, also macht ganz leise. Wir schleichen uns zum Nadelöhr. Warte, da drin ist dein Gegner. Wir sollten erst Fähigkeiten nutzen, bevor wir losballern. So können wir den Gegner besser zurückdrängen. Ich könnte fieser Wurf verwenden. Ich blende sie, dann haben wir einen Vorteil. Gut, schön mit Rall links um die Tür. Die sind geblendet. Ich stürme und aus. Ich hab sie! Hab noch jemanden erwischt. Jet ist tot, aber Areal C ist frei. Los, stürme das Areal und platziere den Spike. Spike platziert. Jetzt beschützen wir ihn. Mir nach. Hey, meine Ult ist bereit. Perfekt. Wir verstecken uns hier. Beschreibe mir deine Ult. Wenn ich sterbe, komme ich hier zurück. Im Feuer wiedergeboren, Baby. Gut. Nutze sie, um die Verteidiger am Entschärfen zu hindern. Warte auf mein Signal. Ich hör sie. Setze deine Ult ein. Okay. Auf geht's. Los, los, mach sie fertig. Die sind sowas von tot. Jetzt ab in Sicherheit, bevor der Spike explodiert. Gute Arbeit. Jetzt verteidigen wir. Seitenwechsel. Sage, du bist unsere Verteidigungsexpertin. Ja. Als Verteidiger müssen wir um jeden Preis verhindern, dass der Spike explodiert. Erneut ausrüsten. Sicherheit geht vor. Kaufe schwerer Panzer. Jetzt die Fähigkeiten. Bereite dieses Mal Flammenwand vor. Dann mal los. Feuerwand. Gib Bescheid, wenn du eine Waffe brauchst. Danke dir. In der Verteidigung müssen wir uns aufteilen und Informationen teilen. Phoenix, du verteidigst mit Sova Areal A. Wir decken den Rest ab. Bleibt aufmerksam und haltet die Ohren nach Schritten offen. Sova, du klärst für uns auf. Decke Gebiet auf. Hab sie gefunden. Phoenix, verteidige die Rampe. Verwende deine Fähigkeit heißer Hände. Wirf das Feuer auf den Eckpass. Wenn sie vorrücken, werden sie brennen. Vorsichtig. Zieh dich zurück, Phoenix. Brimstone, blockiere ihre Sicht. Klar, rauch im Anmarsch. Sie ziehen sich zurück. Mal sehen, wohin sie gehen. Seid bereit zum Durchwechseln. Gegner in C gesichtet. Der Spike ist auf Areal C. Los zu C. Wechsel zum Messer, um schneller zu laufen. Sova, kannst du aufklären? Ja, spähe voraus. Da sind sie. Sie sind bereit für uns und werden uns entdecken. Setze deine Flammenwand am markierten Ort ein, um ihre Sicht zu blockieren. Heiß, heiß, heiß! Rücke vor. Schalte die Gegner aus und entschärfe dann. Muss entschärfen. Das wird ganz eng. Nicht schlecht, Schnucki. Du bist einsatzbereit, Keto. Komm gerne zurück, wenn du noch mehr trainieren und verschiedene Waffen und Fälligkeiten ausprobieren willst. Die Front wartet auf dich, wenn du bereit bist. Bis nachdem. Bis zum nächsten Mal, bitte. Bis zum nächsten Mal. Пока. Bis zum nächsten Mal.